Also wofen, wenn ich hier in Spiele habe, ich gerade in die Tür zum Stille, ich kriege den Drömer geschlossen... Ich denke, darfst Du abdrehen. Wofür... Herr Garvin, auch für Dich gibt es das selbe, selbstständige Pult. Ich hab... Du hast dich zu vollem Pressen, oder? Hm. Sie haben mich aber noch nicht ganz über dir. Deshalb kannst du schon nicht voll da rein, ich bin wirklich reingekwunden bis hier, aber mich hängen jetzt voll da rein, Und den hat er überholt und so schnell kommst du natürlich mit der Bremse nicht mehr nachher. Hätte ich nie gemerkt. Was ist das? Ja, jetzt setze ich durch. Jetzt setze ich die Formel durch. Wir haben dann ein Halter gemacht praktisch. Wohl, Markus. Drei Drehen in der Position. Was muss das alles hinfügen? Wir schauen jetzt nach der Befennung. Ich möchte jetzt aber nicht weg fliegen, sondern kaum rüber und da gehen. Mit der Lande wollte man. Räuber zum Weg und Lande wollte. Lass ihn mit der Aufziehphase ein bisschen mehr ziehen. Aufgefahren, drübertisch. Ja, David, da bleib schon in der Position. In die Uhr, Markus und Redium. Ja, und jetzt kannst du mehr bremsen. Ja, und dann geht es mit dem Weg zum Übungsan. Räuber zum Weg zum Übungsan. Räuber zum Weg zum Übungsan. Räuber zum Weg zum Übungsan. Ich habe einen Gärten in die Linke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sehe schon die Radienfliege nach. Ich bin hier nicht auf dem Markt. Ich bleibe auf dem Markt. Ich bleibe auf dem Markt. Ich bin hier nicht auf dem Markt. Ich bin hier nicht auf dem Markt. Ich bin hier nicht auf dem Markt. Ich habe es nicht auf dem Markt. Ja ganz sicher. Und dann haben wir jetzt jetzt schon alle da sind. Genau. Und ich bin hier noch so will. Ja, das hat jetzt schon immer 0.3. Aber es gibt jetzt... Er hat schon zu gedauert und wird noch wenig. So, ja, in der Engelsflüge. Schauen wir das jetzt gleich auf, wie wir kommen. Genau, ne? Ja, in der Engelsflüge. 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 Ja, in der Engelsflüge.